so machen dass der was machen kann ich hab keine ahnung ehrlich zack passiert nichts framing kumpel complete ok was auch immer quantum block naja merkwürdig nether frame update ok portal den hat er doch nicht aufgemacht er ist doch drauf dieses upgrade ok ich habe ehrlich gesagt keine ahnung wie das ding funktioniert ganz da rein schmeißen hier rein ne passiert nichts man konnte das auch ich glaube so was na ja was bringt das kann das irgendwie essen oder so oder geht das da rein wofür ist das keine ahnung ehrlich muss ich noch mal gucken irgendwie irgendwo irgendwann da haben wir noch mehr glas ok so dann zack 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 hier rein kleinen moment leute so da bin ich wieder mann 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 immer diese störungen ehrlich hoffentlich nämlich ja ich habe lauter gemacht zeigt er dann an hallo hoffentlich nehme ich recht auf also stimme zack 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 jetzt sind wir eingesperrt hier können wir noch durch wie man blöd er braucht nichts in die kommentare schreiben ich weiß dass ich blöd bin ja lange nehme ich dann gerade auf was egal zeit vergeht meine frisse so zack 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 z so ich würde sagen ich mache jetzt mal 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 verkehren erst mal hier oben ran sitzen so 1 2 3 4 5 6 8 so ja ich weiß keine langweilung war das jetzt sehen ja 7 8 9 10 so darf nur nicht zu weit kommen normalerweise passiert das ja nicht ja deswegen ach ups 1 zu kurz na klar wieso nicht dann hier noch weg ja ich mache nichts positiv produktives wie immer kennt man ja von mir war es ja normal ich wollte meine bags bauen beim letzten mal ach ja dafür braucht ihr ganz viele strings war ja so ich bin aber überlegen dass ich mir den big pack mit drauf mache wenn dafür 164 gibt's weil das ist viel besser kann man besser sachen mitnehmen vor allem ist das besser beim farm man kann ja die minions los schicken aber selbst haben muss man auch mal wie gibt es ja nicht oder was wäre ja was gibt es auch nicht den strom für ach ja obwohl man den namen mit der energie antreiben kann man mag mal kurse bilder die gibt es auch okay und wieso gibt es dann keine query nochmal ich habe das ja nicht auf deutsch na ja egal was das dunkel hier gibt es das eigentlich f7 gibt es auch nicht cool schön ich brauche eine verzauerte spitze gar nicht mit effizienz oder hatte ich ob sie denn irgendwo weiß ich gar nicht so weit war ich ja noch gar nicht ne mann ey fliegt er durch ach komm egal jetzt zack sooo sie denn hatte ich nicht das weiß ich ich glaube da unten wo ich war gab es doch eine stelle ne wo lava war bin ich mir jetzt nicht ganz sicher aber ich glaube ja dass hier hinterher irgendwo was war zack zack ich bin auf der richtigen hier vor allem vor allem höhe 10 9 noch mehr ip farm dp ähm zack ich bin der meinung hier war irgendwo was ach guck mal frostet wieder alles äh zack zack ach guck mal fossilien yay noch ein bisschen links wo lava hallo musst du mich verarschen obwohl ich sollte normalerweise höher gehen haha ach normalerweise mhm gold cool gut wir haben noch genug platz ups achja verbauen ist blöd ja ich lass die rohstoffe hier erstmal liegen michein aber jetzt ist ja längst wo lava das ist das hm boah ja ja ich laber schon mit jetzt zu viel scheiße mhm dit 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 olalalalalalalalalala so ja hier ist überall kohle ich weiß wie gesagt das kann ich später noch aufsäumen Toll, keine Lava, aber heiße die Gist, grünes Wasser, bäh, geht, scheiße, grünes Giftwasser, WTF hätte mich nicht jemand warnen können, und das auch für 10, krank, was ist das, Basalt, okay, seit wann gibt es hier dann Basalt, hier unten, hier ist auch kein Vulkan, oder ist das nicht mal ein Vulkan, näher, so, und gleich mal das Zisch und explodierte alles, was sich das entfacht hat, das wäre ja was, ich budde mich einfach so ruhig erstmal, ja, immer muss hier doch Lava auftauchen, und Salz, aber ich weiß immer noch nicht, wo das Salz hier gibt, ich habe auch noch nicht wirklich, ich habe schon geguckt, aber ich habe nichts gefunden, was merkwürdig ist, naja, irgendwann muss ich das eher zerfinden, ähm, ich muss mal ganz kurz was machen, zack, wohl, ne, hier, zack, ich musste meine Anzeige jetzt mal nennen, dass ich auch sehe, was da oben steht, ähm, Tenor, zack, cool, ich habe schon wieder keinen Platz mehr, Strings, die brauche ich, kann ich nicht wegschauen, hier ist Stown weg damit, aber ich wollte kein Flint austammeln, Tin will ich, Magnet habe ich wieder ausgeschaltet, okay, brauche ich auch nicht anmachen, ey, Diamanten, cool, wie schön, Diaz, yay, so findet man auch Diaz, wenn man keine sucht, boah, ey, ich habe gerade voll kratzt am Hals, nur von auch immer, meine Fresse, ey, mal ganz kurz was trinken, Leute, Ob das so wirklich was geholfen hat, glaube ich nicht, haha, so, zack, zack, Fackel ist das, fuel, wie gesagt, ich frage mich echt, wo es denn, ähm, Salz gibt, und wo hier in die Lava auftaucht, sonst, gräbst du und gräbst und findest andauernd Lava, und jetzt, wo du Lava brauchst, findest du keinen, oder wie, gar kein Wasser dabei, äh, ich bin schlau, haha, sowas von schlau, naja, gehe ich ja ganz schnell wieder zurück dann, wenn ich mal was gefunden habe, ich glaube, das dauert aber noch seine Zeit, Boah, die Erde, ne, die nervt, und dann natürlich nur ein Block, und dann kann man wieder mit den Spitzsacker bauen, ehrlich, hey, Marble, hi, ja, ich finde das schön, durch den, dass da wieder alles drin ist, ähm, ja, zack, zack, joho, ey, hallo, willst du mich echt verarschen, keine Lava, nicht nur unterwegs, toll, zack, haha, ähm, stone weg damit, ups, ach, das ist Stein, scheiße, koppelsturm weg, so, hier ist Eisen, meine Fresse, komm, müssen wir wieder weg, äh, ach, ich bin ja noch tiefer, mit einmal, yay, ja, weil ich von da oben durch bin und dann runtergegangen bin, äh, 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 ouch, bin zu doof zu fliegen, so, draußen ist auch wieder Tag, Lava, toll, wenn man Lava braucht, ach, scheiß Skelett, haha, was soll da verrecken, was soll da verrecken, ich weiß auch, gegeben, dass ihr das vorabgehackt habt, mit meinem Wort, ähm, ja, so, ach ja, wo sind denn eigentlich die Kühen, sind die echt zu dämlich und sind die runtergelaufen, beim letzten Mal, oh, ich hatte ja welche, hm, 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 hm da nicht das marvel da sind ja auch nicht drin da auch nicht ja auch nicht und sind scheiße sind die fischer dämlich ehrlich naja was soll's ist ja egal muss ich die merken wieder beschaffen dass wir die dias wieder wegtun eisen wozu ich das auch mitgenommen habe ich nehme mir irgendwas mit was ich wo unterwegs kann ich brauchen kann jetzt haben wir hier auch nur müll ganzen kisten sind voller müll kommentiers stack was habe ich denn hier diesen schrott habe ich davon was ich gar nicht gebrauchen kann oder kommen wir kommen meine müllheide da unten zack zack und zack strings haben wir noch mehr eigentlich davon ist da haben wir keinen drin da auch nicht oder wie da war ne was sind die einzigen strings die wir haben oder wie schlecht herrlich das ist voll schlecht lelelelelele so zack zack das kann da noch ein gar nichts mehr cool schlecht komm wir brauchen holz das brauchen wir unbedingt jetzt ich weiß gar nicht ob man hier mit das noch machen konnte sticks ich glaube ja ne zack 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 ja das geht okay dann fahren wir das mal wieder ein bisschen so zack zack alles weg komm ich mach mach die nimmer bei das nochmal kein Fan kommt ein magnet an brauche ich da nicht hin fliegen dauert zu lange du 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 zack 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 ok ouch du